die sogenannte und zugegebenermaßen merkwürdig klingende foot in the face technik erhielt ihren namen in anlehnung an zwei bekannte und gut erforschte beeinflussungstechniken wir haben über beides schon gesprochen die eine ist die foot in the door technik bei welcher man zunächst mal eine kleine harmlose bitte voranstellt man sagt zum beispiel entschuldigung würden sie vielleicht diese petition hier unterschreiben es geht darum den lebensraum der blauwale zu schützen da sagen dann natürlich viele ja klar warum nicht ich unterschreibe mal damit hat aber die andere person schon den fuß in der tür und beim nächsten mal wenn sie dann vielleicht zwei tage später bei uns an der haustür klingelt und sagt ja wir sind noch mal von dieser organisation und sie hatten ja die petition unterschrieben heute geht es darum wir müssen den worten taten folgen lassen wären sie bereit auch eine kleine geldspende vielleicht 25 oder sogar zehn euro zu geben und da wir durch das unterschreiben der petition ja schon uns als jemand präsentiert haben dem das wohlergehen der blauwale am herzen liegt fällt es uns jetzt deutlich schwerer hier nein zu sagen das ist also die foot in the door technik zunächst eine kleine bitte und dann eine große bitte der zweite namensgeber für die foot in the face technik ist die wir haben auch schon über diese technik ausführlich gesprochen ist die door in the face technik hier ist es so dass man nicht mit einer kleinen bitte beginnt sondern mit einer gigantischen bitte mit einer bitte von der man weiß ja die andere person wird mir die tür vor der nase zuschlagen man sagt zum beispiel ja wir sammeln geld für die blauwale und es wäre schön wenn sie uns da mit 50 oder vielleicht sogar 100 euro unterstützen könnten was 50 oder 100 euro das ist ja wahnsinn also so viel spende ich normalerweise nie sorry das mache ich nicht ok werden sie dann vielleicht bereit uns 25 oder 10 euro zu geben ja also zumindest so eine kleine spende das wird uns auch schon weiterhelfen naja ok ja ok ich kann ihnen vielleicht 5 euro geben und wenn man diese vorgehensweise verwendet wenn man erst eine große bitte voran stellt von der man weiß ja gut das wird eigentlich im grunde niemand bereit sein zu geben und dann im nachhinein aber der anderen person quasi entgegen kommt und sagt ja ok dann wie wäre es wenn sie uns dann vielleicht nur 5 euro geben dann fühlt die andere person sich vielleicht verpflichtet uns ebenfalls entgegen zu kommen der zugrunde liegende mechanismus ist wahrscheinlich reziprozität wenn du mir hilfst dann helfe ich dir wenn du mir entgegen kommst dann komme ich dir entgegen aber was hat das jetzt alles mit der sogenannten foot in the face technik zu tun naja die foot in the face technik ist quasi das mittelding zwischen diesen beiden techniken bei der foot in the door technik beginnt man mit einer kleinen bitte um dann mit einer größeren bitte erfolg zu haben bei der door in the face technik beginnt man mit einer großen bitte um dann als kompromiss mit einer kleineren bitte erfolg zu haben und bei der sogenannten foot in the face technik beginnt man mit einer mittelgroßen bitte um dann mit einer weiteren mittelgroßen bitte erfolg zu haben also forscher haben sich einfach nur die frage gestellt naja wenn man mit diesen beiden traditionellen techniken erfolg hat in dem man erst mal eine kleine oder eine ganz große bitte voran stellt was passiert eigentlich wenn man einfach eine mittelgroße bitte voran stellt ist das auch effektiver als wenn man nur einfach eine mittelgroße bitte alleine in den raum stellt um das zu überprüfen hat dolinski im jahr 2011 eine sehr interessante studie vorgelegt es wurden insgesamt drei ähnliche experimente durchgeführt von denen ich euch nur das dritte vorstellen möchte ich denke das reicht um die technik zu verstehen wichtig ist natürlich zunächst mal überhaupt zwei gleichwertige bitten zwei gleichwertige anfragen zu finden und dafür ist es notwendig zunächst mal eine pilotstudie zu machen um sicherzustellen dass auf keine dieser beiden anfragen jetzt deutlich häufiger wohlwollend eingegangen wird weil ansonsten hätte man ja foot in the door oder door in the face das möchte man nicht man möchte ja zwei gleichwertige bitten zwei gleichwertige anfragen haben und als gleichwertig hat sich letzten endes herausgestellt wenn man zum beispiel studenten eines studenten wohnheims fragt das waren auch die versuchsperson in dieser studie 200 studenten und die eine anfrage war hey entschuldigung ich bin hier im namen eines kommilitonen von mir es handelt sich um einen blinden psychologie studenten der für seine masterarbeit versuchspersonen braucht die einen 30 minütigen fragebogen ausfüllen würden wärst du bereit das zu machen die zweite und wie gesagt gleichwertige anfrage man hat sehen können dass die einwilligung bei dieser anfrage in etwa genauso hoch ist wie bei der anderen die zweite anfrage war hi entschuldigung im namen eines blinden kommilitonen von mir der auch psychologie studiert versuchen wir die lehrbücher auf tonband aufzunehmen so dass er sich das einfach dann anhören kann weil es ja nicht lesen kann und wir haben aber gemerkt dass es wirklich extrem viel ist und von daher suchen wir jetzt freiwillige die bereit wären so jeweils circa fünf seiten auf tonband zu sprechen das ganze dauert so circa 15 bis 20 minuten jetzt werdet ihr sagen hey moment mal der fragebogen in der ersten anfrage bei dem hieß es doch dass es wohl so circa 30 minuten dauern würde und jetzt bei dieser zweiten anfrage geht es nur 15 bis 20 minuten wie kann das denn gleichwertig sein naja natürlich tut auch die art der aufgabe was dazu ob wir jetzt sagen naja mache ich oder mache ich nicht und hier hat sich eben rausgestellt dass die leute die anfrage nach dem aufsprechen der lehrbuch inhalte auf tonband dass sie das ein bisschen anstrengender einschätzen und deswegen wurden die beiden anfragen erst dann wieder gleichwertig wenn man die zeit für die zweite anfrage reduzierte auf 15 bis 20 minuten das interessante an diesem dritten experiment und deswegen habe ich euch das dritte experiment ausgewählt ist aber dass man in abhängigkeit der reaktion der versuchsperson ob sie dann auf die anfrage eingeht oder nicht zwei unterschiedliche strategien verfolgte wenn die versuchsperson sagte nee diesen 30 minuten fragebogen den fülle ich nicht aus dann sollte der fragesteller also wurden vorher geschult dann sollte der fragesteller sofort die zweite bitte vortragen und sagen ja vielleicht wärst du ja stattdessen dann bereit für diesen blinden studenten weil das ist auch etwas was wir noch machen müssen für diesen studenten fünf seiten aus einem lehrbuch auf tonband aufzunehmen wenn aber die versuchsperson schon auf die erste anfrage positiv reagierte wenn sie also sagte ja klar den 30 minuten fragebogen den völlig aus ja ist kein problem dann sollten die fragesteller nicht sofort die zweite anfrage in den raum stellen sondern sie sollten zwei bis drei tage mit der zweiten anfrage warten das heißt nach zwei drei tagen kam sie dann wieder vorbei und dann hieß es eben ja für den blinden mit studenten wäre es schön wenn du ein teil aus einem lehrbuch auf tonband aufnehmen könntest warum diese verzögerung diese verzögerung hat man gewählt weil sich in einem vorhergehenden experiment gezeigt hat dass das einfach effektiver ist wenn nämlich diese mittelgroße bitte vorgetragen wird mit dem 30 minütigen fragebogen und jemand zusagt und man dann aber direkt noch sagt ja und wie wäre es denn mit noch 15 bis 20 minuten aus einem lehrbuch vorlesen und auf tonband aufsprechen dann könnte bei dem einen oder anderen der eindruck erweckt werden hey moment mal also ich habe doch jetzt schon meine bereitschaft bei der ersten frage signalisiert ja und jetzt haut er mir hier noch eine zweite relativ große anfrage vor die nase sorry also ich fühle mich jetzt fast schon ein bisschen ausgenutzt das wird mir hier einfach zu viel und deswegen hat man gesagt okay wenn jemand zusagt dann warte erst mal zwei oder drei tage und dann soll erst die zweite bitte vorgetragen werden und wenn man diese strategien verwendete war diese sogenannte foot in the face technik tatsächlich effektiver als wenn man eben nur eine der beiden anfragen vorgetragen hat die genauen zahlen waren 64 prozent zustimmung unter verwendung der foot in the face technik und eben nur 47,5 prozent zustimmung wenn man einfach nur eine bitte ganz normal und direkt vorgetragen hat so viel also zur noch gar nicht so lange erforschten foot in the face technik ich hoffe ihr fandet es interessant und wenn ihr wollt hören wir uns beim nächsten mal wenn ihr kommt dann 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 dann